Hi, ich bin Ashworth Formula, der weltbeste und meistverwendete Betonverdichter. Hi, ich bin Lithiumsilikat, der erste entsorgungsfreie Betonverdichter. Seit wann bist du denn ein entsorgungsfreies Produkt? Hast du dich umformuliert? Du scheinst etwas dünner. Ähm, nicht ganz. Ich erzähle gern von meiner Weiterentwicklung. Eigentlich eine lustige Geschichte. Am Anfang wurde ich laut Best Practices mit 1 Liter auf 5 Quadratmeter aufgetragen. So wie du in den letzten 60 Jahren. Stimmt. Doch meine Betonbögen hatten Schleierbildungen und weiße Flecken. Hm, ob sie mich deshalb durch Sodiumsilikat ersetzt haben? Vor über 60 Jahren? Und was ist jetzt mit den Flecken? Ganz einfach. Ich sag einfach, sie sollen mich dünner auftragen. Tada! Keine Flecken mehr. Und mit weniger meine ich 1 Liter auf bis zu 45 Quadratmeter. Und weißt du was? Ich kann teurer werden, weil es niemanden interessiert. Besonders, weil ich alle überzeugt habe, nicht entsorgt werden zu müssen. Ich weiß, ich weiß. Brillant. Der totale Marketing-Clou. Totale Marketing-Clou, ha? Bist du nicht besorgt, zu wenig Material aufzutragen, um den Boden richtig zu härten? Veräppelst du mich? Ich dring tiefer in Beton ein als du. Okay. Selbst wenn das wahr wäre, würde das dein Problem verschärfen. Denk daran, beim Betonhärten soll die Oberfläche versiegelt, hart und staubfest werden. Wenn du tiefer eindringst, heißt das, weniger von dir ist auf der Oberfläche, um zu reagieren, wo die Abnutzung stattfindet. Sollte also nicht mehr von dir aufgetragen werden, statt weniger? Ähm, darüber müssen wir noch mal sprechen. Ich muss zuerst mit meinen Marketingleuten reden. Ich bin sicher, die können das so hindrehen, dass es nicht so negativ klingt. Ja, das wird schon gut gehen. Hey Lithium, es gibt immer Batterien. Du bist toll in Sachen Batterien. Das ist dein Ding. Ich bin Ashford Formula, immer noch der weltbeste Betonhärter und ihre Wahl für erstklassige Verdichtung und nicht nur kreatives Marketing. Hey, ich bin Ashford Formula. Und ich Lithiumsilikat. Hey, du bist schneller zurück, als ich dachte. Nach unserem Gespräch ging ich zu meinen Marketingleuten. Die sind so schlau. Schon gehört. Was haben sie nun gesagt? Tja, du wirst es nicht mögen. Abwarten. Nun gut, ich weiß, warum ich tiefer in Beton eindringe als du. Okay, das wird bestimmt gut. Kannst kaum erwarten. Mein Lithiumatom ist so viel kleiner als dein Natriumatom. Dadurch kann ich tiefer eindringen. Ja, ich denke, deine Marketingleute vergessen eine wichtige Tatsache. Das wäre? Es ist nicht unsere Atomgröße, die entscheidet, wie tief wir eindringen. Das entscheidet unser enormer Freund, das Silikatmolekül. Siehst du, das macht den Unterschied. Verstehst du das oder soll ich es erklären? Nein, ich verstehe es. Ich gehe wieder zu meinen Marketingleuten. Dann kannst du sie auch gleich um einen neuen Namen bitten. Wie wäre es denn mit, äh, Mythium-Silikat? Wegen der Mythen. Haha, sehr lustig. Kleines Fortspiel. Ja, ich bin Ashford-Formula. Immer noch der weltbeste Betonverdichter. Ihre Wahl für reale Ergebnisse und keine Marketingmythen. Sorry, Mythium. Hey, ich bin Ashford-Formula. Und ich Lithium-Silikat. Hey, Mythium, wieder da? Oh ja, ich war ein paar Tage bei meinen Marketingleuten. Gut. Was haben sie diesmal für dich? Oh, tolle Infos. Wie zum Beispiel diese hier. Du trägst zur AKR-Alkali-Kieselsäure-Reaktion bei, während ich sie verhindere. Okay, haben deine Marketingleute auch erwähnt, dass AKR drei Voraussetzungen hat? Äh, nein. Tut es aber. AKR braucht reaktionsfähige Zuschlagstoffe, übermäßige Feuchtigkeit und ausreichendes Alkali. Okay. Du behauptest also, dass mein pH-Wert von 11,3 zur AKR beiträgt, deiner von 11 aber nicht. Beton hat einen Wert von 13, folglich erhöhen wir die Alkalität nicht. Aber ich kann AKR vermeiden. Hm. Ich glaube, du verwechselst dich mit Lithium-Nitrat. Es kann AKR vermeiden, wenn es beigemengt wird, aber nicht als oberflächlicher Anstrich. Nicht mal deine Marketingleute können behaupten, du seist Lithium-Nitrat. Okay, okay. Aber du reagierst in Klumpen und nicht gleichmäßig wie ich. Recherchieren Marketingleute überhaupt? Ich weiß nicht. Hm, denn ich habe unzählige Stunden unter dem Mikroskop verbracht und demonstriert, dass meine geschützte Rezeptur die gleichmäßigste Reaktion der ganzen Branche ergibt und eine kristalline Tetraederstruktur bildet. Tja, andere nicht. Tetra-was? Ein schweres Wort. Aber ich versiegele schneller und schaffe festere Böden als du. Richtig? Nein. Es tut mir leid, dir das zu sagen, aber umfangreiche Tests zeigen, dass meine Abriebsfähigkeit höher und deine frühe Versiegelung nur temporär ist, weil sie auf organischen Verbindungen basieren wie Silikonate. Ich glaube, Marketing erklärt dieses Zeug einfach besser als ich. Es klingt so toll, wenn Sie drüber reden. Ja. Ich glaube, ich bleib doch besser bei den Batterien. Okay. Ich bin Ashford Formula. Die beste und einzige Wahl für Betonverdichtung. Ohne Mythen oder Wenn und Aber.